Ok, Sniper-Tusse ist... Direkt vor dir. Alles klar. Achso. Ah, der Handy gar nicht. Ah. Stun. Ah, genau von hier kannst du nicht treffen. Ah, doch. Entschuldigung. Wie kann man denn so viel aushalten als Mensch? Was hat denn der an? Die Haut von Superman. Und Batman zusammen. Ach nein. So, Batman wird Superman gewonnen. Dann geh ich übermorgen gucken. Ne, morgen. Morgen geh ich den gucken. Hab ich auch überlegt, ob ich reingehen soll. Das ist wie spaltig. Muni ist direkt einen Raum weiter. Batman der Superman verprügelt, was gibt's ein geileres? Muni gibt's einen Raum weiter, hast du gesagt? Warte mal, hier ist der Kiste. Ja. Oh, hier ist erste Hilfe, geil. Hab ich noch keinen verbraucht bisher, aber bin schon zweimal gestorben. Oder dreimal. Oh Mann. Da brustet er ins Mikrofon und so. Wo gehen wir denn hin? Äh. Da schnauft er. Äh, wir gehen jetzt die Stülfchen, also aktivieren das Ding. Analysieren sich. Und wenn wir runter gehen, sind zwei Schrotzen auf der Treppe. Das heißt, wir gehen am besten links, machen die erste Schrotze weg und warten, dass die andere von rechts kommt. Okay. Kommt er. Geh du vor. Entschuldigung. Ja. Und dann kommen dann gleich die zwei Heavy Gunner mit Schild. Mit Zack. So, seid ihr hier? Mit Zack. Ja. Mit Zack. Achtung, hier ist direkt die erste Schrotze. Und da kommt die andere. Die kommt jetzt von rechts. Ja. Ah fuck. Und noch einer kommt von unten. Achtung. Passt auf. Wo ist der andere? Keine Ahnung. Ah, der kommt von der Seite links. Links unten. Ja, ich seh ihn. Stun. Boah, hier ist irgendwas. Warte, ich geh runter. Raps. Raps? Raps Play. Achso, Raps Play. Mach'n weg. Okay. Yo. Enemy down. Woah. Rollgranate. So, unten. Da ist auch wieder ein Heiler dabei. Ja, genau. Da ist Heiler dabei und die zwei Heavy Gunner. Versuchen die nach und nach zu uns zu locken. Ja, Heavy Gunner verstand sich schon mal. Wenn ihr Sniper habt, dann packt die Sniper aus. Okay, da kommt der erste. Weil der ballert ja auf mich. Schrotze. Hab markiert. Nächste Schrotze ist nah. Alter, der Heiler macht ja übelst damage. Wenn du Stun hast, schieß dir mal bitte durch hinten. Kann ich gar nicht gehen. Genau, eine Schrotze. Warte. Der Heavy Gunner hat mich im Visier, also hier kann ich jetzt eigentlich... Stun. Ohne Scheiße hier. Der Heavy Gunner linkt. Äh, ich hab Akku vom Heavy Gunner rechts. Ah, dem seinen Heil-Pot da, ey. Äh, hier kommt einer zu mir. Einer kommt rein oder was? Ja, ne, fast. Hier, ganz links. Ja, ist okay. Ihr seid zu zweit links, wir sind zu zweit rechts. Ist okay. Ist gut. Nico, Stun? Ja, also rechts soll ich Stun nämlich an, ne? Ja, ja, genau. Alter, macht ja so. Oli moli, ey. Bei Anthony, kannst du einen Heal-Pot stellen? Kann ich machen, ja. Das wär ganz geil hier. Okay, Nico, das Schild haben wir beinahe weg, komm. Schau uns dann raus. Alter, ich hab dich... Okay, unser Heavy Gunner ist nicht down, weil er sich hochgehealt bekommt. Scheiße. Scheiße. Ich bin down. Ah, ich werd wiederbelebt. Ist okay. Nein! Okay, Nico, der Heavy Gunner. Ah, schön gemacht, schön. Ich bin auch down. Anthony? Warte, ich hol dich. Ach, okay. Na, da kommt noch ein Heavy Gunner da, wie? Äh, schrotzen, schrotzen. Zwei Stück. Aber der Heavy Gunner auch. Woah, fuck, lauf, lauf, lauf. Achtung, Nico, hinter dir ist ne Schrotze. Woah. Da kommt noch einer. Kann sein, dass noch eine drin ist. Ja, eine ist noch drin. Komm hoch. Okay, ist down. Da kommt noch einer hin durch die Tür. Ich hol den Nico und geh zurück. Ja, der ist sitzen geblieben. Wie in der Schule. Nee, ist kein Ding. Ist der hängen geblieben? Okay. Ah! Ist hier einer im Raum drin? Nee. Nee. Hier ist der, okay. Okay. Ich bin wieder rechts. Ah, ich bin mit dir rechts, Thomas. Ich stun den. Okay, drauf. Der Heavy Gunner hat mich durch die Wand. Scheiße. Äh, wo bist du denn? Ah. Ah, ich bin schon wieder da, sorry. Der rechte drin. Der heilt's hoch. Alles auf den. Alles auf den. Auf den. Boah, hält der sich hoch. Alter, das wird ein Magazin leer, bevor ich was machen kann. Okay, ist down. Alles klar. Schön. Haben wir noch einen Heavy Gunner, oder? Und einen Heiler, alles klar. Und noch einen Heiler. Okay, alles klar. Wow. Läuft's. Äh, ich geh mal ein bisschen nach vorne und versuch die Heildinger wegzumachen. Sind drei Stücke. Ja, weil der Heiler ist direkt hinter dir, ne? Also. Ich geb jetzt mal ein Damage Boost. Wenn, wenn gleich einer, äh, einen gestand hat, dann geb ich mal Damage Boost. Okay, stun, geht raus, warte. Jetzt. Okay, los. Okay, einer ist down. Der Heiler. Links. Links der Heiler. Ah, auf der Treppe sitzt der Heavy Gunner. Ja, den Heiler ist jetzt. Mach den weg. Jo. Weg rechts. Die Heiler sind beide down. Heavy Gunner. Ich würd sagen, Fokus auf den rechten, oder? Äh, ist noch einer. Achso, ne, da ist noch einer ohne Schild. Dann lass den mal kurz wegmachen. Ist tot. Okay, schön. Jetzt sollen wir den da. Rechten als erstes, oder? Ja, genau. Ja. Ähm. Stun, wir müssen jetzt eigentlich rauskommen. Ich hoffe. Ich kann von hier auf jeden Fall, äh, von seinem Schild, also ich kann neben sein Schild schießen, das ist ganz gut. Von der Position hier aus. Ah, ich bin noch im Weg, höchstwahrscheinlich. Der Linke ist ja auf der Schild. Oha, fuck! Ich sende mal. Ja, danke. Okay, daneben. Oh, der lebt zurück. Den Linken. Den Linken. Niko, Stunten. Hab ich schon. Achso, sorry. Achtet auf den anderen Heavy, der ist aber im Raum, glaube ich, der? Ja, der ist im Raum. Ja. Okay, dann machen wir den hier. Oh! Der hat durch irgendwas durchgeschossen. Der ist rausgekommen. Pass auf, der ist draußen, Tobi. Okay. Hallo. Keine Munition mehr. Oh, jetzt geht der um die Ecke. Der hat kein Schild mehr. Doch, einen hat er noch. Jetzt hat er keinen Schild mehr. Okay. Komm. Rape ihn. Jawoll. Der ist ein Puschen. Unnötig, Sir. Der Ivan sitzt in einem gesicherten Raum. Aber wir werden mehr lange durch. Die JTF ist auch hier. Aber nicht kein Problem. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, das ist jetzt die Treppen. Stelle. Da kommen auch nochmal drei Schrotzen, glaube ich. Hm. Drei Stück mal noch. Aber wie gesagt, Schrotzen sind auch hier. Bevorzugt. Ei, Chef. Aber mit den Stuntgranaten geht das eigentlich total gut. Hm. Kannst du echt gut machen damit. Achso, hier sind wir. Genau, stimmt. Genau, die Treppenstelle. Wir halten uns am besten hier oben auf. Wenn es zu krass wird. Also wir gucken, dass wir erstmal runter gehen. Wenn es zu krass wird, gehen wir jetzt hier mal hoch. Rechts ist direkt eine Schrotze. Ich habe markiert. Wir holen uns. Und los. Rechts ist die Schrotze. Holy moly. Äh, wenn noch eine Schrotze kommt. Ja, die steht direkt daneben, glaube ich. Alter. Okay, die erste Schrotze ist da. Der andere hat nicht mehr viel. Einer läuft hier hoch. Okay, die zweite Schrotze habe ich von der Seite. Die haben wir hier parkiert sich gestellt. Das ist links. Pass auf, der Nachschub kommt von rechts. Von der... Ja, von diesen... Ja. Der Healding ist down. Sehr nice, Nico. Aber der Typ setzt, glaube ich, wieder eins, oder? Nee, noch nicht. Mach den mal weg. Boah, der Kerl, ey. Boah, ich will Deckung. Okay, ist down. Woah, rollnade. Woah. Oh, jetzt habe ich mein erstes Healpack verbraucht. Den Healer, ich mach das Healpack wieder down. Okay, Healpack ist down. Lass den Healer mal aus dem Geflasht holen. Oh, schön. Ich muss die mal wegsnacken. Ja. Mein Gott, ey. Oh, fuck. Alter, von hinten. Oh, ich bin komplett tot. Ich hab ja gesagt, die kommen von der Seite. Dann muss er aufpassen. Ja, ich wollte eigentlich, äh, nach vorne laufen zu euch. Ich bin gestand. Okay, schrotzen. Ich hab Schaden rausgehauen, damit die Schnee weggehen. Das sind ziemlich so viele. Ey, Anthony, mach mal deine Dings. Dann müsste ich doch wieder aufstehen, oder nicht? Wenn du deine Ulti machst. Noch eine Schrotze, komm. Nee, wenn du komplett tot bist, nicht. Ach so, okay. Okay, haben wir. Dann mach das nicht. Jetzt wirst du wiederbelebt, eigentlich. Ah, ich belebe dich. Ah, ich... Fuck, warte mal. Kommt da noch Nachschub? Nee, nee, ist nix. Okay. Wird von mir angezeigt. Dankeschön. Alles klar. Bitte. Sicher, dass hier nix mehr ist? Okay. Doch, hier unten. Doch, hier ist noch einer. Wow. Ja. Ja, das ist gut. Schön auf den Rucksack ballern hier. Ja. Tobi, äh, mach mal hier Gewichts-Agro. Genau. Hab ich. Er hat Popcorn. Er ist tot. So. So. Muni, gibt's hier? Nee, doch nicht. So aus. Ach so, hier diese Tür, ne? Ist hier gleich in der Treppe drin. Ah, okay. Und da, äh, oben kommen dann drei, drei oder vier Schrotzen wieder. Die müssen wir wieder bevorzugt weg snacken. Die kommen direkt auf uns zu. Am besten, ja, gucken wir. Wenn wir so oben im Treppenhaus wegkriegen. Das ist am besten. Sonst stunnen wir. Nico, du die erste, ich die zweite. Wir müssten hier weg sein. Jo. Ich find's hier gibt's übelst wenig Loot, oder? Ja. Aber beim Boss gibt's halt, hast du gut die Chance auf ein gelbes und am Schluss kriegst ja auch eins. Wir kriegen. Gibt eh zwei Stück. Zwei gelbe. Also hab ich zumindest mal eben gelesen bei der Missionsauswahl auf der Karte. Ja, ne, da gibt's nochmal Stoff, also Herstellungszeug gibt's gelb und ein Item. Und wenn, dann hast du halt noch die Chance auf ein Dings. Achtung, Anthony, weil da kommen wir gleich die Schotten. Du hast halt die Chance vom Boss nochmal eins zu kriegen. Okay. Mal sehen, aus welchem Holz die zweite Stelle ist. Ja. Jo. Okay. Das ist ja ganz schön heftig hier, so ne Mission, ne? Ach, der App-Kerl war das. So, Achtung, schrotzen, komm. Die Linke. Der Linke, einer ist down. Stun. Achtung, einer, komm. Ah fuck, ich bin down. Ich mach mal hier, schön. So, wenn ich, ah, Heelpot steht. Mach die Rechte weg. Mach die Rechte weg. Und jetzt noch die Linke. Dann haben wir schrotzen und jetzt grad die Sniper. Das sind zwei oder drei Stück. Also, ich muss sagen, das Schild ist schon ziemlich nice. Ich mach mal hier diese komische Mine da. Was für'n Schild? Äh, Sicherheits-Link, Safety-Link. Achso, das. Achso, ja, der ist richtig übertrieben. Da kriegst du ja gar nichts mehr an Schaden. Ich find, das ist das Geilste. Also, Schaden ist natürlich auch gut, aber in der Dark Zone ist das ja am geilsten. Jaja. Wenn du noch deinen ganz normalen Schaden hast. Okay, der ist weg. Ich stand ihm mal. Wow, der leuchtet mich an. Mit dem Laser-Fointer. Oh, komm. Vorstehen. Es kommen nochmal, glaub ich, zwei Sniper oder was. Komm nicht der Boss direkt mit? Ich mein, hier kommen aber noch ein paar Schrotzen. Hier ist noch ne Muni-Kiste. Ja. Achso. Oh, ja, ich brauch kein Muni. Du, du killst ja mit Luft und Liebe. Mhm. Oh, da kommen sie. Und Sperma. Und Sperma, genau. Ja, das ist nur der Boss. Nee, das ist nicht nur der Boss. Hä? Oh, der Healer. Rechts kommt die Schrotze her, oder was? Ne, ist gar keine Schrotze. Okay, das war nix mit dem Stun. Fuck. Ich treff nix. Ey, ach zu, da ist das geschützt. Mann, ich hab grad gedacht, was manche ich denn da runter. Mann, ich treff ja keinen. Einer ist festgesetzt. Kann das geschützt wegmachen? Dann hüpf ich jemand drüber. Hepp, hepp, hepp. Da kommt einer. Ein bisschen näher. Der brennt, der brennt. Ja, schön. Das ist ne gute Idee. Das ist ne gute Idee. Ich arbeite jetzt auch mal hin in Frankreich. Ja, die sind geil, eigentlich. Stun it. Oh, dieses geschützt, ey. Heiler ist fast so. Okay, ist down. Ja, das war gleich der Heiler. Wenn es der Heiler ist. Mann, lass links den Wecksnacken, genau. Schön. Heiler noch? Ja, der Heiler, genau. Und da hinten kommt Schild, zwei Schrotzen. Schrotzen, schrotzen. Direkt die vordere wegmachen. Die andere sitzt. Ja, ist schon vor mir. Oh. Achtung, die ist pardisch. Ja, ja, ja. Ist tot. Okay, schön. Oh, da kommt noch mehr, noch mehr Nachschub. Oh, fuck. Fuck. Der Healer, sein Schild ist weg. Und, schön. Healer ist down. Oh, nein. Die haben da ein Schütz hingestellt. Da hinten ist auch noch ein... Fuck. Geschütz hole ich mir jetzt. Ja, mach das mal weg, bitte. Schütz down. Fuck. Oh. Scheißraps. Und zurück. Ach, schon bin ich da vorne. Oh. Ja, okay. Dann machen wir es so. Dann komme ich hier zurück. Dankeschön. Oh, geh in Deckung. Oh. Wenn der hochkommt, stun ich den. Jetzt. Mach da alles drauf. Scann es drauf. Boah, fuck. Alter, deren Healpods, gell. Die haben so große Range. Das ist total übertrieben. Ja, die haben aber extremen Heal drin. Das finde ich auch so krass. Boah, der hat wieder ein Geschütz gestellt. Rechts ist doch ne... Was ist rechts? Was ist rechts? Ja. Den machen wir grad weg. Hier den. Genau. Scheiße. Ich hab gleich Scannen wieder ready. Da ist so ein Heavy Gunner. Ich hab auch Schaden ready. Lasst grad mal hier vorne den weg machen. Ja, bei mir dauert noch bis ich Safety ready hab. Fuck. Wer kommt drüber, Anthony? Ja, danke. Ich stehe hier sehr schlecht. Wow. So. Wo ist der? Du hast keine Bühne. Ach, der ist ein Geschütz? Ja. Ich dachte, dann ist der. Oh Mann ey. Der Heavy Gunner zielt auf mich. Uh, der drückt mich auch. Ist gut. Der Rechter hat kein Leben mehr, ne? Äh, kein Schild. Boah, ich hab keine Muni mehr. Okay. So. Schaden ist an. Raus. Mach den glatt. Mach den glatt. Fuck. Wuh. Okay, ist down. Der Heavy Gunner. Alter, guck mal, wo der da drin steht. Wer soll denn das, ey? Das ist echt mega geil. Oh Mann. Gen ist raus. Der hat nix gelbes gedroppt bei mir, der Kerl. Mach mal hier, Popcorn mit nem Rucksack. Mach mal auf, Popcorn. Nein, geht kein Popcorn. Mein Gott, ey. Hier ist was gelbes. Ja. Der ist mehr in halt irgendwas für die Mission. Ah. Zugriff auf Daten gestatt. Beginne Datenübertragung. Agent, ich erhalte dateien von der Shade Tag dieses Agenten. das blieb auch sehr gut mit euch, das ergebe ich nicht gut, ich bin nicht einmal daugengeheben ich auch nicht vorne ist der körper, ah geht da, so zack ein werkzeugeinstoff, toll ich hab nix doch hier, ein hybridpanzer, stoßtruppenschoner, da bin ich jetzt mal gespannt Schlagschutzweste, erhöht die rüstung in der deckung um 50% ach wir bekommen alles dasselbe, ne? ne ich hab stoßtruppenschoner bekommen, aber irgendwie, sind die jetzt nicht so das wahre ich hab auch Schlagschutzweste, aber macht nur Fähigkeiten stärker hoch also die haben weniger Rüstung alter die sind ja richtig schlecht, können die irgendwas? talent, vielversprechend, kopfschüsse bringen credits ein ansonsten nur scheiße geil, kannst du voll farmen was soll ich denn damit? oh ich hab Farbe alter die sind richtig schlecht die ich bekommen hab, alter, das kann doch nicht wahr sein meine haben lumpen sammeln und rüstung und mod und erste hilfe und was weiß ich ja, ok, mach ich kaputt, hä? mach mal scheiße so, was haben wir hier? ein Haufen Dreck alles destroyed oh phoenix credits, das ist doch gut 50 mehr geil, Sprühstreifen rot, weiß, blau hab ich auch dann hab ich diese komische britische Tarnung da cool, das mach ich mal auf meine Waffe äh, Sprühstreifen äh, das ist ja lustig so, dann mach ich das andere auf meine Pistole so, jetzt hab ich 3 Farben für 3 Waffen ja, nice ja, nice so, gehen wir in die Dark Zone oder wie? außer du willst noch ein bisschen phoenix credits farben, dann können wir noch grad den linken Tunnel aufbauen auf herausfordernd machen linken Tunnel, und der rechten nicht mit den linken Tunnel, den hab ich doch schon was geht jetzt? den kannst du doch immer machen kannst du doch alle auf herausfordernd dann kriegst du doch immer pro herausforderndes Run kriegst du glaub ich 30 credits oder was so ich hab noch einen schweren wir haben doch eben noch einen gemacht, oder? ja, aber den hatte ich schon schwer bringt auch nix, das ist langweilig wo geht die denn da hin? wo geht die denn da hin? rennst du durch in die Base, ich muss grad sowas rerollen und meine Midas angucken gut gut Pamarillos, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bis dahin ach genau, die sind ja noch da bye tschüss Anzug bitte markiere meine Feinde denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schick den Kommentar denn das heilt und es spart Leben viel mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen ach du scheiße, ich habe Verbindungspro...